So Leute, da ist euch schon viele Spiele aufgepasst, wir können ab morgen 17 Uhr den 17. September die Call to War Alpha unterladen. Spielen können wir diese ab am 18. September, heißt das ist ein Freitag um 19 Uhr. Alles unten auf meiner Infobox zu sehen, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und jetzt zeige ich euch den einen neuen Kampagnen Trailer, aus rein Freunde. Die Luft ist schon ab, los gehen wir uns finden, das Schütte ist. Priorität ist die Idee, Raj, wenn die Fins go hot. Nice. Check it out. Incoming truck. Left side. Arash might be in the truck. Again, they got his face yet. I don't want them. What the fuck? He just diced everyone in a truck. That's gotta be Arash. Old Fire, we need a positive ID. That's our man. Take him out. Kid! We missed him! We can't let him get away! Get to that truck! Get in! Get in! We can catch him! We can catch him! Come on, get in! Get in! Get in! Whoa, whoa! God damn it! I'm getting away! We're not done yet! We're not done yet! We're not done yet! No, no! You're landing gear! Was ist das? Das war Teil der Plan! Let's go. Get ready! Pre-order a digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator Pack in Modern Warfare and Warzone.